Körpersprache verstehen zu der Methodik von Umberto Sachser. Er gibt mehr Messerfolg. Wir waren hier bei den Füssen. Wenn ich nicht so einen guten Standpunkt habe, geht das meistens weg. Das gibt Raum frei. Das ist eine weitere Beziehung für das Modell. Wie ist das im Raum? Viele Menschen sind viel zu wenig bewusst, dass Körpersprache etwas vom Wichtigsten im Verkauf ist. Frühzeitig zu wissen, ob der Kunde Interesse hat, kann einem sehr viel Zeit und Geld sparen. Ich, Umberto Sachser, stimme dem absolut zu. Ich bleibe hier oben. Ich fühle mich gut. Da waren zwei an dieser Theke und haben gesprochen über das Produkt. Die eine hatte beide Füsse am Boden und hat gesprochen. Die andere hatte die Füsse so. Und die Verkäuferin hat sich nicht um die Füsse gekümmert. Mit dem Erkennen der Körpersprache testet man die Kaufbereitschaft im richtigen Moment und man erreicht dadurch viel, viel mehr an der Messe. Lesen Sie bewusst die Körpersprache und verpassen Sie die zukünftigen Geschäfte nicht. Übrigens gibt es auch noch die Einladung zum Gespräch. Habt ihr das auch schon beobachtet? Kunden, die in den Stand reinlaufen, sehen einen kurz und zuerst weg. Die Ansprache an der Messe ist in der Regel langweilig. Sie lernen, wie man die Ansprache so macht, dass der Kunde gleich begeistert wird, dass man den Nutzen so rüberbringt, dass der Kunde denkt, wow, das brauche ich. Und somit kann man die Kaufbereitschaft viel früher testen als sonst. Und das bedeutet viel mehr Chancen, viel mehr Abschlüsse. Oder eben, er schaut was an, er bleibt irgendwo stehen, nimmt was in die Hand, schaut etwas länger an und dann kann ich von der Seite hintreten. Das ist auch wenig bedrohlich. Sie sehen jetzt gerade unseren neuen grünen Stift. Viele sind begeistert, weil der so grellgrün ist. Was hat Sie da gerade angesprochen, dass Sie da stehen geblieben sind? Du kannst sogar das Urn jetzt hier weglassen. Mal angenommen, Sie würden sich für einen Werbeträger entscheiden, was ist oder was wäre Ihnen da wichtig? Im Januar haben Sie drei Trainer am Messe-Seminar. Von jedem Trainer lernen Sie, wie man schneller Vertrauen aufbaut, schneller auf den Punkt kommt, besser den Nutzen rüberbringt, besser herausfindet, wie der Entscheidungsweg ist und schlussendlich den Messerfolg extrem steigert. Überlegen Sie sich mal, wie teuer eine Messe ist. Überlegen Sie mal, wie viel Zeit man da investiert. Dann macht es doch wirklich Sinn, das Maximum aus der Messe herauszuholen. Und was sind schon 1280 Franken für zwei Tage, wenn man damit den Erfolg an der Messe wirklich, wirklich, wirklich markant steigert? Unsere Kunden, die dieses Messeseminar gemacht haben, sagen uns, es gibt kaum etwas, was sich so stark und so schnell rentiert, wie dieses Messeseminar. Wenn Sie mehrere Leute an der Messe sind, schicken Sie doch unbedingt alle. Das, was Sie an Zeit und Geld investieren, steht in keinem Verhältnis zu dem, was Sie herausholen können. Und wenn Sie viel mehr herausholen an der Messe, dann sind Sie glücklich, dann sind mir glücklich, dann sind die Kunden glücklich, weil sie dadurch bessere Lösungen haben. Machen Sie es doch, weil alle werden glücklich. Machen Sie es jetzt. Meldet sich jetzt an. Machen Sie es. Untertitelung des ZDF, 2020